ist dein Durst auch so groß? Schütter schneller runter als ich. Ach so, wieder Wettsaufen. Okay, probieren. Lass dein Silber sehen. Was wäre ein Trinkspiel ohne Wettereinsatz? Ah. Okay. Ist bei dir Ebbe? Nicht schlimm. Ah, trinken wir. Das verliere ich wieder. Ja, ja, Samstag bin ich auch da. Auf jeden Fall. Könnte lustig werden, tatsächlich. Wow. Oh, ich habe es geschafft, Alter. Oh, ich glaube, ich habe Sigi gefunden. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier mit den letzten seiner Männer. Wie kann es ja tolles wagen. Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich soll den Anblitz der Erde wischen. Geiler Spruch. Nicht heute, Evo. Lass gut sein. Ja, aber selbst wenn nicht, dann hast du wenigstens zwei davon. Ist doch super. Ist doch super. Aber das würde auch funktionieren. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Findet ihr den nicht auch, dass da kaum Bass ist in dem Spiel? Klingt alles so dünn. Nimm es. Tausch es gegen irgendetwas ein. Gleich halb die Dynamik rausgenommen, dass die Lautstärkeunterschiede nicht so hoch sind. Aber es klingt schon dünn. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiß dir an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Sei ein Assassine. Dann willst du, dass ich mich in deiner Bruderschaft anschließe. Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Weil es wäre schade, um das Geld, was ich für bezahlt habe. Ja, natürlich. Natürlich. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Gehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der Meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuche es einmal. Okay. Jetzt gehen wir undercover. Boah, Scarface. Warum haben die alle einen Bart, den ich nicht mehr habe? Schweine. Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrex-Dadie verbannt. Da will doch eh keiner hin. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in dieser Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Heels tiefstem Abgrund. Also die Sprüche sind schon geil in dem Spiel. Okay, nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Ja, auf zum Tingen. Sag mir, dass Gorm noch lebt. Er schmerzt mich aber. Er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Oh, Götter. Ich hasse lange Reden. Wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Alles klar, danke dir für den Lack. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdan's Bein wurde bei unserem Teppel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Frust. Ich träume von etwas Größerem. Einem gewaltigen Königreich der Krieger. So viele, wie es noch nie gab. Vereint unter einem König. Ich träume von einer Welt, in der man aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klinge nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Rom führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem zehnten Lebensjahr und führte das größte Gehe, das Nordwege ESA. Ab und zu mach ich's mal mit den Leuten, aber bin ich eigentlich kein Freund davon. Ja doch, ich mag Storygames und so, das ist so. Ich will mich da mitreißen lassen, wie von einem guten Film oder so. Multiplayer ist schnell, chaotisch. Mein Befort hat funktioniert's, Hell in Divers funktioniert's jetzt auch mittlerweile. Aber ich bin so ein Story, Mensch. Das wird langweilig, nur will. Also mir nicht so. Ich hab's nicht so mit Menschen. Nicht mehr. Und mein Auge. Einäugiger Willi. So, allein und Multiplayer. Mach die Augen auf und guck mich an, wenn ich mir rede. Ach so, allein im Multiplayer. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Eivor Wolfsmal, du hast kürt wie getötet. Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? Aha. Genau, entscheide du. Du bist König dieser Lande, Harald. Die Entscheidung liegt bei dir. Das ist eine sehr ehrbare Antwort. Gorm, von nun an heißt du Wurm und bist verbannt. Hey, hey, hey. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmord, sonst verfütte ich dich an die Kräne. Was guckst du denn für einiges? Ich hab nix mehr. Alle Serien fertig geguckt, die ich interessant fand. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Stürbjörn. Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötwi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben. Söhne und Töchter. Ich für meinen Teil habe mehr als genug Tod gesehen. Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was in Heels Namen tust du denn, Vater? Einen dauerhaften Frieden sichern, Siegurt. Die Tage des Kämpfens sind vorbei. Alter, geht ja ab wie Ragnar Lothenburg. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Ort. Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Genau, Alter. Das gibt Hausarrest. Hast du nicht das volle Spiel? Äh, doch. Ich hab's gekauft. Und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten. Sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen in Ragnarren sind eindeutig. Nee, Season Pass nicht, nee. Ich dachte, ich hab den Season Pass gekauft. Ich war hundertprozentig sicher. Bin am Montag dann... Also erst hatte ich sie auf dem PC installiert. Da war kein Season Pass durch. Okay. Habe ich sie auf der Xbox installiert? Auch kein Season Pass. Hä? Dann bin ich meine Bestellhistorie durch. Habe ich wohl nicht. Hätte ich schwören können, dass ich den mal im Easter Sale gekauft habe. Aber gut, erstmal das Hauptspiel. Ich hab... Alle anderen Teile habe ich das Season Pass. Tatsächlich. Und das wurde dann aber auch schnell langweilig. Weil es ist einfach... Die sind einfach zu groß. Die Spiele ist zu viel. Da brauchst du immer 300 Stunden für so einen Assassin's Creed. So. Mein Ziel ist Valhall. Ich bin Sigurd verbunden. Ich kenne mein Schicksal nicht. Mein Ziel ist Valhall. Ich träume von einem glorreichen Tod. Jedoch nicht, wenn ich dafür meine Familie verraten muss. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Ja, Gegner sind geil aus. Denn denen ich nicht verstehe, kann ich nicht trauen. Und Mangel an Vertrauen ertrage ich nicht. Ich bin keine Gefahr, König Harald. Meine Treue gilt meinem Bruder Sigurd. Und ich bin dir nicht übelgesinnt. Dann wisse, wenn ihr in Nordwege bleibt, müssen du und dein Bruder unter mir dienen. Ich lasse euch bis morgen bedingt Zeit. Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir die Götter. Morgen erwarten wir in einem neuen Königreich. Das war aber nett, nett. Aha. Sigi, gefunden. Und doch feiern wir heute nicht. Sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom treue Schwul deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Aha. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Tönigreich. Die Söhne von Ragnar Lothbrok sind bereits seit acht Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Vibe. Von den vier Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor mich an Waren zu alleine legen zu lassen. Erwähnt wird. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein. Die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Dann lassen wir am besten alles hier, würde ich sagen. Sonst haben wir einen Feind im Nacken. Ich verstehe deinen Einwand. Dann überlaskiert, wie ich schätze deinem Vater. In Englerland gibt es genug Silber und Waren für uns alle. Gut. Ich wollte nicht, dass diese Wolke über uns hängt. Ein weiser Anführer achtet auch auf die Bedürfnisse anderer. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Ehrlich? Fahren wir nach England? Dann ist die Map doch ein bisschen größer als gedacht. Eng, aber größer. Wie viel hast du gehört? Alles. Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Bye-bye, Unimund. Fävor, der Wind ist uns gewogen. Wir sollten unverzüglich ablegen. Du hast schnell gepackt. Sehr gut. Der Traum von neuen Landen ist ein starker Köder. Genau wie das Versprechen von Rom. Aber ein so liebgewonnenes Heim zurückzulassen, hat einen traurigen Beigeschmack. Zweifelst du? Nein, gar nicht. Die Knochen sind gefallen. Dann möge das Schicksal uns führen. Bist du bereit? Ja. Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reißt schneller als wir. König Haralds Banner. Seagurt! Was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Was geht? So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in England. Unfug. Dein Platz ist hier, mein Sohn. An meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neue Lohn. Okay. Doch nicht nach England. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Es ist leicht, sich auf dem Weg zum Ruhm zu verlieren. Lass dich nicht von falschen Segen blenden. Du sprichst von falschen Segen, alter Mann? Du trauriger alter Bär, der seine Ehre mit einem Kniefall zerstörte. Je weiter ich von hier fortsegle, desto lauter werde ich singen. Ich werde sein Anker sein, ja. Nein, du musst eine bessere Hälfte sein. Oh. Was verlangt er da von uns? Die hier sind neue Reise. Soll ich ein Wärmen in den kalten Nächten? So, auf nach England. So. So. Die Zeit der Tränen ist vorbei, ihr schlaffen Säcke. Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge. Ich halte die Kraft gut ein. Mehr Brüster als ein Bärenfell. Fauler Arschling. Mächtigen Fürz. Ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinem Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild. Ich schreibe da mal mit fürs Büro morgen. Jaja, gute Idee. Sprüche sind schon geil, muss ich sagen. Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenklan kennen. Und den Ruhm, den wir dieses zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland. Für Ruhm und Schicksal. Nach Englerland. Nach Englerland. Oder Walhall. Oder beides. Nochmal Vorspann. Das sind dann jetzt fast vier Stunden, ne? Bis das Logo kommt. Schön. Englerland. La La Land. Da ist es. Englerland. Unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Nordwege. Aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, über Hauptland zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich unter festem Boden und unter den Füßen. Juhu. Alle töten. Genau. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Welt beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Jawoll. Die Rudereien. Anhalten. Hast du etwas entdeckt? Noch nicht. Aber wir fahren voraus. und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Tor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Macht er. Boah, sind wir bei mir. Soll dieses Bermoschel-Fäden. Ich habe Müllen hier auf dem Bruch zätowiert. Ich bin bereit. Ich kann aufmerksam. Wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein. Doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den vier königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Herr unterstützen? Nein. Wir sprechen mit Ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Okay. Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rude für ihren Gott. Diese Rune ist ein Kreuz. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es gründet ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet. Und jetzt binden sie es an. Panoramaansicht. Da. Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihn unsere Wünsche für. Wir unsere Opfer an Odin, den Einheugen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen. Sicher denken Sie dasselbe von uns. Der Hammer. Das ist ein würdiges Zeichen für einen Don. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Genau. Taufe. Rituelles Ertränken. Ist auch geil. Der Hammer ist nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen. Die Reichtümer plündern. Gibt es dort denn sowas wie Reichtümer? Natürlich. Die formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heilige. Da gibt es viele Schätze. Wetter, Doug. Dafür wird es Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Ja, wir machen das schon. Im Lager auslösen. Ich mache das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug. Du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten. Alles klar, Zeus. Danke fürs Reinschauen. Gute Nacht. Gute Nacht und Pro Host. So, ich entferne mal die Seekette. Na, Storche, Krähen wie Krähen. Dieser Ort wird gut bewacht. Oh, da ist schon einer. Ich werde gleich mal ausschalten hier. Okay, das war jetzt nicht so clever. Ach, ich bin Wikinger. Kommt her, ihr Loser. Ihr Tommys. Plündern, Brandschatzen. Weg. Gut, hör, ihr Luschen. Schluss mit lustig. Nehmen wir mal die. Okay, ich vermute fast, der war blind. Was? Wesen. Glabs nah, blas nah. Oh, jawoll. Wer ist immer hier? Soll ich da mal hoch? Hier noch was zu plündern. Guck mal hier. Ne. Hier? Nö. Ja, dann. Äh. Wie du? Du musst hier drauf schießen? Ja. Einmal. Und. Hoppala. Zweimal. Ja, ich komm ja schon. Bleib halt stehen. Überraschung. So. Weiter geht's. In die Gefilde von Englerland. Gute Arbeit, Evo. Siegut, lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Siegut, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es halb dann, Uba und Iva, den grünen Ragnars in Englerland, an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel, saftig und zart. Und Ale, so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Ginger Ale? Ist ein Mann einfacher Freuden, was, Doug? Und er kann sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit. Und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Reiz, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Doug. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Genau. Sie sind leichter Form. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich. Ach ja. Fester Boden unter den Füßen. Siegurt, warte. Irgendetwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Erzählte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Granat brügt hier. Oder so. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlummt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Doug und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jahre treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Genau. Ja? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020